Ja, und das wird definitiv nicht winterlich. Also wir sind weit davon entfernt, Schnee irgendwo bei uns in Deutschland zu finden. Es geht ganz im Gegenteil nach wie vor viel zu warm weiter. Und deshalb blicken wir als allererstes mal in den Süden Europas, und zwar in den westlichen Teil des Mittelmeeres. Das hier sind die heutigen Höchsttemperaturen gewesen. Und das ist wirklich unglaublich. Auf Mallorca 31 Grad, im Süden Frankreichs 32, auf Corsica 33 und an der algerischen Mittelmeerküste gab es sogar 36 bis 37 Grad. Ein Teil dieser Wärme kommt bei uns an und bleibt auch bei uns. Und zwar während der gesamten kommenden Woche. Und Ende der Woche steigen die Temperaturen sogar noch weiter an. Wir sehen es in Köln. Am Freitag erwarten wir vielleicht sogar noch mal einen Sommertag mit mehr als 25 Grad. Und sommerlich ist auch das, was heute Abend in Deutschland passiert ist, Gewitter. Gewitter und Regenschauer sind aus Westen zu uns hereingezogen. Die Gewittertätigkeit hat nachgelassen, aber der Regen zieht gerade in den Nordosten Deutschlands. Und heute Nacht ziehen dann diese Wolken weiter ab, weiter Richtung Polen und auch von Bayern weiter Richtung Tschechien. Morgen wird es vor allem noch im Süden Baden-Württembergs und Bayerns weiter regnen. Ansonsten kommt die Sonne allmählich hervor. Am Nachmittag kommen allerdings wieder Schauer und Gewitter dazu, vor allem dann im Westen und im Nordwesten. Die Temperaturen nachts gehen zurück auf 9 bis 16 Grad. Tagsüber, es bleibt wie gesagt warm, meistens 17 bis 20 Grad. In der Lausitz morgen bis zu 22 Grad. Die weiteren Aussichten, es gibt nur noch wenige Schauer oder mal ein kurzes Gewitter. Am Dienstag am ehesten im Norden und Nordwesten, am Mittwoch dann eher im Süden. Und die Temperaturen steigen weiter an. Am Mittwoch sehen wir schon 24 Grad am Oberrhein, bevor es dann wahrscheinlich Donnerstag und Freitag noch wärmer wird. Am Dienstag am Frühling.